Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht der Fahrer. Und zwar, wir fahren heute allein im Lauchensbach, die normale Version. Ich habe ihn hier frisch runtergeladen. Und heute, wichtiger Hinweis, heute ist nicht mein Mikrofon, sondern heute mein Headset. Machen wir mal ein Licht, so an, so eine Art. Wir fahren heute die Fahrplan, zeige ich jetzt euch mal. Wir fahren die 19, heute mal. Und ich muss mich jetzt mal anmelden, die ganzen Gedönse hier. Na. Zack. 200. Zack. Zack. So, 19.01. Okay. So, angeben. Zack, Schilderung drinne. Anzeige stimmt, perfekt. Alles klar. Ja, Ansage kommt für so gleich. Das sind die Ansagen von Anna drinne. So, Motor ist an und, ja, ist prummt aktuell. So, zack. Heizung, machen wir aus. So, fahren wir mal losfahren, ne? Fangen wir mal zum Heizstelle. Okay. So, Motor ist. So, schau mal los. So, 20, 32 geht's los, ne? Da tragen wir 29 ein. So, schau mal hilfstfeile an. Ich bin schon lange nicht mal gefahren, ne? Da kommt er. Hallo. Willkommen an Bord des All-Line-Expresses. Bitte legen Sie sich... Ne, ne. Setzt Sie sich gemöglich hin. Wir fahren wir so gleich weg. Super. Hoffen wir Ansagen funktionieren, Alter. Sonst raste ich aus. Ansage. Automatische Weiterschaltung. Ja. Aktiviert. Alles klar. So, wenn ich die Kuh drücke will. Ne. Das passiert nur, wenn man beispielsweise an der Haltestelle anfährt. So, Gang. Aller schlechtste Bus, den man haben kann. Alles scheißegal. Kommt keiner. Warte mal, ich muss kurz mal mein bekanntes Headset-Wissen und mein Ton-Wissen anpassen. Super. Dann... Wollen wir mal langsam nach. Die Minute spenden wir uns mal. Die Minute spenden wir. Ab geht's. Oh, das hat man Sound. Ansage. Na. Aller. Zack. Aber Brut rücken. Gerda Weg. Gerda Weg. Uuuh. Na, den Zug bis zum Bus ein bisschen nach. Uuuh. Gerda Weg. Wie wird schon der Anna? Ist auch ganz gut. Die Stimme hat gut ist... Mäh. Ach, weiß ich all. Oh, man versteht mich. So, muss ich da lang drehen. Barmer Straße. Ha. Ansage. Barmer Straße. Uuuh. Das hat geklappt. Das hat geklappt. Na. Ich hab gesagt, Vorspulen, du Depp. Du sollst da die engen Gasse rein. Ach, ist die alte Gasse, ey. Am Ringofen. Am Graben. Am Graben. Mal Gas geben, Alter. Nee. So, wo die rüber? Weiter. Alter, Mann. Mann, der Sound hört sich ja scheiße an, ey. Wie kotzt denn das Sound? Ah, scheiße, geil. Glack, 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 glack. Kronprinzenstraße. Scheiße. Rudolf. Warte mal, ich muss kurz ein bisschen was einspassen. Ein bisschen runter. 65. Das passt angenehm. Das ballert mir ein bisschen die Ohren weg. Von den Sound da. So, kommt doch einer? Nee. Das kann man vielleicht hier gar nicht machen. In der Orte tödlich losfahren. Hochstraße, Presshaus. Na, was soll ich denn machen? Ja. Oh. Hast du Fragen, die Wittler? Hallo. Hallo. Wollt ihr auch mal fahren? Ab geht's, die Waffe. Abfahren. So. Rudolfstraße, Rathaus. Athaus. Na. 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 Pelicans. Da ist ja ein Rathaus. Da ist schon mal ein Rathaus gewesen. Ganz in Ordnung. Da ist schon mal. Gewesen. In echt. Ähm. Kassel. Sieht gut aus. Aber nur. Ich geh da selten hin. Da auch selten irgendwo hin. Sitz. Industriestrasse. Scheiße. Ein zu viel. Nächster Halt. Sonnenfelsch. Nächste Haltestelle, Sonnenfelsch. Kann man ein Bild machen. So, drücken. Aha! Und ab. Das dauert nicht so lange. Da lachen wir auch. So lange nicht mal gefahren. A la lauchezwache. Ja, man kann sich noch updated installieren, aber ich mag die Updates nicht. Hört nun mal. Da komme ich. Ah, ich war Mami. Ich dachte, das wird gerade Wanny. Äh, ja. Eine von den Vorschulen. Dann haben wir Zeitverlust. Und das geht's. Und ab geht's weiter. Weiter geht's nicht los. Nein, das dauert nicht los. Ja, das hat ziemlich heftig angezogen. Aber... Realität macht das auch gar nichts. Bitte nicht nachmachen. Industriestraße. 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 Wer soll denn da hin? Aber... Ach, scheißegal. Die hier in Scheißerbruch. Gib Gas. Doch frei zu stellen. Doch frei. Brinkbeckstraße. Das ist ja unglaublich. Ja, ja. Ich hoffe, man hört das sehr gut, das Headset. Ich habe so ein bisschen eingestellt. Ja, ja. Ich hoffe, wir geht weiter. Was soll ich denn sonst machen? Ich kann vernünftig fahren, alter. Mr. Hair. So. Da geht's. Lina, Bionat Straße. So. Lina, Bionat Straße. Habt einfach zu lange gebraten. Zieh ich nur eine Länge. So, jetzt muss ich hier rüber. So. Fall zu einem Postamt. Achtung, Zugvertrieb. Zug schließen Sie. Zack. Oldow. Postamt. Fahrt endet dort. Oldow. Postamt. Bitte alle aussteigen. Na ja. So. Wir sind da. Wir sind schon da. So Leute. Wir sind da. Heute ein bisschen anders gewesen. Mit dem Ton und mit den Dings. Ich habe heute das Headset. Das Dings heute. Mit dem Headset gesprochen hier. Und jetzt haben wir natürlich auch so. Dann. Ja. Wollt's mal ausprobieren hier. Ob man dann auch hier gut. Spielen kann mit dem Headset. Und ja. Gute Qualität. Und. Bis zum nächsten Mal. Und. Zeit auf der Video. Und bleibt gesund.